Ich brauche keinen Verteidiger. Trainer! Was ich getan habe, das habe ich getan. Erzählen Sie mir, wie Sie eine Frau kriegen und haben. Eine schwere, lose Zeit. Glücklich. Kannst du das Messer bitte anders halten? Hier, so. Erik, wir brauchen Hilfe. Du verdammtes Arschloch! Du bist einfach nur noch bescheuert! Zu meinem Keller kommen! Ich habe Ingrid klein gemacht.